Das ist hier in der Tat heute auch meine vorerst letzte Rede in diesem Hause. Gestatten Sie mir deswegen zum Schluss mich noch mal ganz herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen, insbesondere aus dem Wirtschaftsausschuss, im Ausschuss für Arbeit und Soziales, für die in der Sache meist sehr scharfe, aber ich glaube, in der Form immer sehr kollegiale Zusammenarbeit zu danken. Vielen, vielen Dank dafür. Behalten Sie sich das bei. Ich möchte aber ausdrücklich all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht nur in meinem eigenen Team, sondern im ganzen Haus von den Parlamentsassistenten bis zur Garderobe wirklich danken, ohne die hier gar nichts laufen würde. Alle Ihnen rate ich, vergessen Sie das nie. Ohne die sind Sie alle nichts. Zu guter Letzt danke ich auch all denen da draußen, mit denen ich für eine kleine und große Verbesserung streiten durfte in den letzten Jahren. Ihnen sage ich, ich bin zwar jetzt vorerst mal hier weg, aber die Linke, die bleibt, und das ist auch gut so, da müssen Sie sich angewöhnen. Vielen Dank. Vielen Dank.